Es geht um Nichts. Dieser Titel wurde gewählt, weil es im Roman um einen Vakuummotor geht, der aus Raumenergie elektrischen Strom gewinnt. Das Nichts steht als Synonym für das Vakuum, das nach heutigem Wissensstand eben nicht Nichts ist, sondern das genaue Gegenteil davon. Es besteht zum einen aus einer nicht schwingenden Form virtueller Energie, die sich über einen Resonator in physikalische Energie umwandeln lässt, vergleichbar mit einer Stimmgabel, die einen Ton erzeugt, und zum anderen aus feinstofflicher Neutrino-Energie. Neutrinos sind winzige Elementarteilchen, die Materie fast ungehindert durchdringen. Der Raum um uns herum, nicht nur das Vakuum, ist also durchdrungen von einem unendlich großen Energieozean, wobei unser gesamtes sichtbares Universum nur einen winzig kleinen Anteil daran hat. Zeitraum 2013-14 Der Krimi behandelt das Thema unterdrückte Erfindungen. Er beginnt als Prolog mit Nikola Tesla, wie er in seinem New Yorker Labor vor Mitgliedern des McAllister-Clubs eine Vorführung gibt. Anschließend wirbt er bei John Astor um weitere Gelder für sein Projekt zur drahtlosen Energie- und Nachrichtenübertragung. Dann beginnt die eigentliche Handlung. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Anzahl der Erfindungen und Patente zum Thema alternative Energien in den letzten zehn Jahren immer mehr zugenommen hat. Vor allem gibt es inzwischen Technologien, die es ermöglichen, aus der Nullpunktenergie des Vakuums Energie zu gewinnen. Diese Technologie wäre bei einer großtechnischen Umsetzung dazu geeignet, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Atomkraftwerken ein für allemal zu beenden und Energie auf saubere und umweltschonende Weise in ausreichendem Maße zur Verfügung zu stellen. Jedoch besteht daran von Seiten der Öl- und Stromindustrie kein Interesse, weil sie weiterhin mit der konventionellen Stromerzeugung Milliardengewinne machen will, zu Lasten der Verbraucher und auf Kosten der Umwelt. Thema in Kurzform Edwin Stahlgatter und Paul Lindquist entwickeln einen Vakuummotor, der aus Raumenergie elektrischen Strom gewinnt. Schon bald zeigt sich, wie schwierig es ist, dafür Interessenten aus der Energiewirtschaft zu finden. Schließlich will ein großes amerikanisches Unternehmen das Patent kaufen, doch kurz darauf wird dessen Vize-Chef zuständig für den Bereich alternativer Energien, einer Sexualstraftat bezichtigt und verhaftet. Das Patent verschwindet und die beiden Patentinhaber kommen auf mysteriöse Weise ums Leben. Zur gleichen Zeit sorgt ein rätselhafter Selbstmord am Kernforschungszentrum in Genf für Aufsehen. Doch als Inspektor Kohler von der Mordkommission den Verbindungen zwischen den Ereignissen auf die Schliche kommt, wird er von dem Fall entbunden.